Herzlich willkommen liebe Brettspielgeeks und heute zeigen wir euch wieder die 5 beliebtesten Kickstarter-Spiele in diesem Monat. Ich lade dieses Video natürlich nicht am Ende des Monats hoch, weil einige Kickstarter schon bald ablaufen und ich euch natürlich auch die Möglichkeit geben möchte, falls euch das Projekt interessiert ist, noch zu backen. Ich habe mir natürlich auch euer Feedback durchgelesen und werde darauf auch eingehen. Das heißt, ich werde nicht die Trailer über die Spiele zeigen, sondern nur im Hintergrund und selber erzählen, was in dem Spiel genau geschieht, wie ich das Ganze finde und wie wir das als Brettspielgeeks auch finden. Kommen wir somit zum allerersten Spiel. Das erste Spiel ist Triplock. Das Spiel kostet 22 Dollar plus 10 Dollar Versand in die EU. Worauf ich aber hinweisen möchte, es kommt schon im August raus, also voraussichtlich. Deshalb gehen wir davon aus, dass es auf dem Spiel schon vorhanden sein wird. Also könnt ihr es euch, glaube ich, auf dem Spiel auch schon holen, um euch die Versandkosten zu sparen. Das Spiel geht für ein bis zwei Personen, also man kann es alleine spielen oder zu zweit und dauert zwischen 10 und 15 Minuten, laut Hersteller, und ist so ab zwölf Jahren. Das ganze Spiel ist im Setting von New London gemacht und die Grafik ist auch etwas düsterer, aber trotzdem cool. Und man muss halt ein Schloss knacken und das muss man schneller machen als der Gegner. Oder in der Solo-Variante muss man es in einer bestimmten Herausforderung meistern, das Schloss halt schnell zu knacken. Es gibt vier Personen, die verschiedene Skills haben und man kann sich halt jeweils eine Person immer aussuchen und dann das Ganze halt mit der Person spielen. Was wichtig ist, man kann das Ganze auch ohne diese Fähigkeiten spielen, also man muss sich keine Person aussuchen, sondern sagt einfach, wir haben beide genau exakt dieselben Chancen und benutzen keine Spezialfähigkeiten. In dem Spiel enthalten ist eine Spielermatte, Würfel, Chips und so weiter. Also eigentlich mehr als genug, der Preis ist ja auch nicht hoch. So, gehen wir auf die Aktion im Spiel ein. In dem Spiel würfelt man und man hat dann zwei Würfel und auf den Würfeln sind verschiedene Symbole. Man darf dann entweder beide Aktionen von beiden Würfeln ausführen oder nur eine Aktion von einem Würfel ausführen oder beide Würfel weglegen, um dann eine bestimmte Aktion auszuführen. Und die Aktionen sind halt in dem Spiel ganz viel mit, was befindet sich wo, man darf dann irgendwas mischen und da muss man halt bestimmte Sachen erfüllen und dann erfüllt man seine Mission. Und wie ihr das jetzt macht, das sage ich euch jetzt. Es gibt halt in dem Spiel gelbe Plättchen und diese gelben Plättchen müssen in einer bestimmten Reihenfolge liegen. Ja, es gibt vier Plättchen und drei davon müssen in einer Reihenfolge sein. Und wenn die in der Reihenfolge sind wie eure Missionskarte, dann habt ihr halt eure Mission erfüllt. Euer Gegenspieler hat natürlich auch so eine Mission und muss die Plättchen für sein Gelingen besser platzieren. Und das könnt ihr dann alles dann noch erschweren mit sogenannten Fail-Safe-Chips und die bedecken die gelben Chips und man kann die halt, man legt die am Anfang immer drüber und drunter und man kann die halt wegnehmen, man kann das drehen, man kann das vertauschen und somit hat das so ein bisschen was wie Memory, dass man sich halt merken muss, wo sich gerade dieser Chip befindet. Und es sieht ganz lustig aus, weil man kann halt durch die Aktion den Gegner verwirren, aber man muss auch aufpassen, dass man sich selber nicht verwirrt. Ja, weil man kann das so viel dann durchmischen, dass man das am Ende selber vergessen hat. Also wir persönlich finden das Spiel cool. Es sieht sehr spannend aus, aber was wir halt noch nicht einschätzen können, ist, wie es mit der Langzeit aussieht, weil das Spiel sieht jetzt für mich persönlich auch so aus, dass es wirklich Spaß machen kann. Also das kann man ja immer nur grob einschätzen, aber ich weiß nicht, ob es oft Spaß macht. Ja, es gibt da halt noch diese Singleplayer-Variation, dass man vier Herausforderungen hat, aber ich weiß halt nicht, wie lange das Spaß macht, gegen andere Menschen zu spielen, ob das jetzt ein-, zweimal gespielt ist und dann zur Seite gelegt wird oder ob das wirklich so ein Suchtspiel ist. Aber ich denke mal, das werden wir bald erfahren, spätestens auf der Spiel. Das nächste Spiel ist jetzt kein wirkliches Spiel. Es ist einfach Dungeon of Doom und das ist auch sehr beliebt. Und da habe ich jetzt einfach reingepackt für die unter euch, die Dungeons & Dragons spielen. Wir selber haben ja eher DSA gespielt, also wer nicht weiß, dass es ist, Rollenspiele. Ja, und da kann man halt einfach bemalte Gelände bestellen, ja, um das Abenteuer halt schicker zu machen, damit man dort mit den Figürchen rumgehen kann. Und das Ganze ist zwischen 82 Dollar bis 3600 Dollar. Kann man sich da halt verschiedene Sachen aussuchen. Ist sehr teuer und ist auch nichts für uns, da wir das sowieso nicht spielen. Und wenn wir spielen würden, ist es meiner Meinung nach trotzdem sehr teuer. Aber ist sehr, sehr interessant, ja, zu sehen, dass die sich da auch sehr viel Mühe geben, das alles mit der Hand zu bemalen. Und wenn man selber jetzt nicht so der Zeichner ist, so wie ich, dann ist das eine gute Option für einen. So, das nächste Spiel, das mögen die meisten von euch schon kennen, ist Zombicide Green Horde. Ja, Zombicide kennen eigentlich so gut wie alle. Und Green Horde, ich sage einfach mal, was da neu ist, das Ganze kostet 120 Dollar. Man kann da nicht mehr und nicht weniger zahlen und ist ein Koop-Spiel für 1 bis 6 Personen. Man muss halt überleben und die Zombies killen. Kann man mit allen anderen Erweiterungen kombinieren, aber es ist auch eine Standalone. Das heißt, ihr braucht nicht die anderen Zombicide Titel und könnt einfach nur mit dem Teil spielen. Man macht in dem Spiel halt Aktionen. Diese Aktionen machen Lärm und beeinflussen dann, wie sich die Zombies bewegen. Und so steuern sich dann halt die Zombies und man spielt halt dann dagegen. Was halt in dem Spiel anders ist, es gibt halt so kleine Änderungen. Zum Beispiel die Orks sind stärker als in Black Plague oder da läuft jemand schneller oder so ganz viele Kleinigkeiten, aber nicht besonders große Sachen. Und immer in dem Spiel, was anders ist, ist, man fügt in dem Spiel immer eine kleine Horde hinzu. Ja, deshalb auch Green Horde. Ja, und diese Horde sammelt sich dann und irgendwann kommt diese Horde aufs Spielfeld und läuft dann rum. Ja, diese Ork-Zombie-Horde. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil wenn die Horde kommt, dann hat man verloren. Aber, also man hat nicht verloren, aber dann wird es schwer, denke ich mal. Aber es gibt halt auch dieses Katapult, wieso der Preis, glaube ich, auch so hoch ist. Das sieht auch sehr cool aus. Und mit diesem Katapult kann man alles auf dem Spielplan abschießen. Aber Achtung, ihr könnt sogar alles abschießen, was noch nicht auf dem Spielplan ist. Das heißt, die Horde, die sich sammelt, die könnt ihr abschießen und dadurch platt machen. Das ganze Spiel ist natürlich von Cool Mini or Not und ist daher auch sehr hochwertig gemacht. Ja, die Figuren sehen wie immer total cool aus und man hat dann noch so ein Plastiktableau, wo man halt auch noch so abzeichnen kann, wo gerade die Erfahrungspunkte sind. Also es ist schon ganz cool. Also wer 120 Dollar hat oder wer noch nie Zombieside gespielt hat und das jetzt machen möchte, das ist dann die Chance für euch. Das nächste Spiel, 7th Sea, das ist jetzt auch bei Pegasus erschienen als Rollenspiel. Habe ich mir noch nicht angeschaut. Bei mir ist ja immer das Problem, dass das sehr viel Zeit kostet und ich auch Leute finden muss, die das mit mir spielen wollen und da ist das schon problematisch. Hier ist das Ganze aber als Brettspiel angesiedelt und das dauert 90 bis 150 Minuten. Und es gibt noch eine Variante, dass es vier Stunden dauert, aber da sage ich euch gleich was, zu was wir davon halten. Und ich gehe euch jetzt einfach mal die Aktion durch. Es gibt fünf Aktionen. In der ersten Aktion hat man halt Zeit zu diskutieren, wie man seine Figuren navigiert und was man vielleicht plant. In der zweiten Aktion gibt man dann den Figuren Befehle. Das macht man mit Tokens, also Chips, die legt man unter die Figuren und zwar verdeckt, sodass keiner der Gegner sieht, wo ich was hingelegt habe. Ja, das Spiel spielt man gegeneinander. Und dann das dritte ist Allianzen. Jeder Spieler nimmt sich dann eine Allianzkarte und wenn du und ein anderer Mitspieler am Tisch dieselbe Allianzkarte genommen habt, dann seid ihr für diese Runde befreundet. Sobald der Spielzug endet, seid ihr nicht mehr befreundet. Und wenn ihr halt befreundet seid, dann könnt ihr miteinander, also dann kämpft ihr miteinander, aber ihr könnt nicht bei dem Gegner, also bei eurem Verbündeten, einmarschieren. Ja, klar bei einem Bündnis. So, das vierte sind dann die Konflikte, also das ist dann sozusagen der Krieg. Wenn man dann, man deckt dann alle Tokens auf und bewegt die Armeen so, wie man die halt hingelegt hat. Wenn dann halt zwei Armeen aufeinanderstoßen, dann gibt es halt Krieg. Das Lustige ist, man sagt ja, wie die Armeen sich bewegen sollen und danach geht man erst in die Allianzphase rüber. Das heißt, ich kann meine Armeen irgendwie lenken und ich weiß noch gar nicht, ob mein Gegner sich entscheidet, mit mir verbündet zu sein. Ja, das heißt, eigentlich kann man da auch ganz hinterlistige Züge machen und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich spannend und klingt ganz schön lustig. Und ja, der Kampf findet dann anstatt. Man kann natürlich seine Armee boosten und so weiter und so fort und wenn man verloren hat, dann muss man dann aus dem Land verschwinden und der Gewinner kriegt das Land. Ja, so wie bei ganz vielen Area Control Spielen und wenn man halt seine Armeen nirgendswo zurückführen kann, dann sterben alle. Als fünftes gibt es dann die Siegespunkte, das heißt, pro Land gibt es Siegespunkte. Es gibt aber auch Einheitsressourcen, also Supply und mit diesem Supply kann man dann im Kampf Zusatzstärke kriegen oder sich Storykarten kaufen. Es gibt insgesamt zwei Kartenarten, die Storykarten und die Schatzkarten und die Storykarten sind, am Ende des Zuges zieht man immer drei und deckt die auf und wer dann am meisten bieten kann, ja, mit seinen Ländern und allem drum und dran, der darf halt als erstes eine Storykarte nehmen und wer am wenigsten kann, der zieht als letztes. Und die Schatzkarten geben einfach nur Siegespunkte. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind die nicht sehr spektakulär. Der Gewinner ist, wer als erstes 15 Punkte haben. Und jetzt komme ich auch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es zwei Varianten gibt, einmal die, die 150 Minuten dauert und einmal die, die vier Stunden dauert. Und da schreiben die halt einfach, man kann spielen bis 15 Siegespunkte. Oder wenn ihr die Fünf-Stunden-Version haben wollt, oder Fünf-Stunden-Version haben wollt, dann spielt ihr einfach bis 30 Siegespunkte. Also sehr, ja, so lahm, so ein bisschen wie ein Risiko, wenn ihr, ihr könnt das zwei Stunden spielen, wenn ihr nach Missionen spielt, aber ihr könnt das auch vier Stunden spielen, einfach bis alle anderen Platz sind. Ja, ähm, ist nicht so gelungen. Aber ich finde das ganze Spiel an sich eigentlich ziemlich cool, besonders wo ich mir dann die Aktion durchgelesen habe, dass man erst die Figuren bewegt und danach erst in die Allianz-Phase kommen. Das heißt, ich muss vorher mit meinem, äh, Gegner am Tisch so diskutieren, ja, lass doch eine Allianz machen, aber er kann halt total hinterlistig so Game of Thrones-mäßig handeln. Und das sieht eigentlich ganz spannend aus. Und, ähm, ja, ich hoffe, dass wir das auf dem Spiel auch sehen können, so wie, ich denke mal, ganz viele Spiele, die wir jetzt noch vorstellen werden, dass die so alle so auf dem Spiel vielleicht schon präsent sein werden, so vielleicht nicht die komplett fertige Version, aber so zum Antesten. Und, ja, das Spiel, ehrlich gesagt, so von diesen fünf Spielen, die wir heute in der Liste haben, ist meiner Meinung nach das, was ich am interessantesten finde, weil ich mag wirklich Spiele, wo man so erobern muss und ich irgendwie was taktisch überlegen muss, so dann mit den anderen diskutieren, dass die irgendwie eine Diplomatie mit mir eingehen und dann noch ein bisschen hinterlistig sind und das finde ich eigentlich bei Spielen immer ganz cool und das macht das Spiel, glaube ich, ganz gut. Aber da warte ich wie immer noch ab. Ich schaue mir das Ganze noch an, wie sich das entwickelt und, ja. Kommen wir zum letzten Spiel, Lord of Hellas. Das ist ein Area Control. Ich sehe das ein bisschen so wie, wie Inish. Ich weiß es nicht. Nein, ich vergleiche lieber gar nichts und schreibt ihr wieder in die Kommentare, ey, das kann doch gar nicht sein, so ein Vergleich. Aber trotzdem, danke für die Kommentare. Ja, falls ihr mich korrigiert, ja, jeder von uns macht mal Fehler. So, kommen wir zu dem Spiel. Das Spiel wurde bei Hunter und Kron schon vorgestellt. Ja, falls ihr die, ich denke mal, dass ihr sie kennt, da könnt ihr euch das dort nochmal anschauen. Die zeigen da was zum Spiel, machen so ein paar Spielzüge und falls ihr so einen näheren Einblick darauf haben wollt nach dem Video, könnt ihr euch das gerne mal anschauen. In diesem Spiel wählt halt jeder einen Helden und die Helden sehen cool aus, ja. Das ist wirklich ein großer Pluspunkt für das Spiel und ich weiß nicht ganz, wie gut das Spiel ist, weil wirklich die Helden so cool aussehen und ich weiß nicht, ob da zu viel hinein investiert wurde in die Optik. Und in dem Spiel gibt es Quests und Monster, die man erfüllen oder besiegen muss und die werden immer am Anfang des Spiels zufällig aufgedeckt, ja. Aber da kann passieren, dass entweder nur Monster auf dem Spielfeld sind oder nur Quests. Und da sind wir bei dem ersten Punkt, wo ich Zweifel habe, ja, es gibt Helden und die Helden haben alle eine Fähigkeit und es gibt Helden, die sind besonders stark gegen Monster und das heißt, wenn das Spielfeld voll mit Monster ist, dann hat der Held, der eine besondere Stärke gegen Monster hat, automatisch einen Vorteil, ohne was dafür gemacht zu haben. Und ich weiß nicht, wie ausbalanciert das ist. Kann auch sein, dass ich mich total irre und die dann irgendeinen interessanten Mechanismus haben oder dass man merkt, dass es gar nicht so stark ist, weil die anderen Fähigkeiten auch stark sind. Aber das ist so, wo ich ein bisschen meine Bedenken habe. In diesem Spiel nutzt man halt als erstes Artefakte. Das heißt, man darf seine Monster bewegen, Armeen bewegen, ja, und man hat dann halt diese Führungskraft und die entscheidet, wie viel man sich bewegen darf und die kann man dann halt auch hochleveln. Ja, am Anfang ist die im Grunde auf eins, dass man sich nur eins bewegen kann. Man kann die immer höher ziehen und dann hat man immer mehr Führungskraft und kann sich weiter bewegen. Dann kann man halt noch Priester benutzen und Helden bewegen. Ja, denn Helden bewegen ist nicht Armee, ja, das sind zwei verschiedene Züge und jeder hat dann halt sechs Spezialaktionen. Die sind bei jedem Helden gleich und ja, da ist es halt so, dass es verschiedene Sachen gibt, zum Beispiel, ich kann heilen, ich kann eine Kampfkarte ziehen, ich kann Einheiten rekrutieren, ich kann neue Einheiten rekrutieren, ja, und das kann man dann halt alles machen, aber jede Aktion darf man nur ein einziges Mal ausführen und in dem Spiel baut man sich dann seine Armee auf, plättet die anderen und dann kommen noch die ganzen Götter dazu und die sehen auch richtig cool aus. Also der Kickstarter sieht wirklich optisch sehr schön aus, wie das Ganze dann spielerisch ausfällt. Und das kann ich noch nicht sehr einschätzen, weil ja, die Aktion, die die vorstellen, wie man das macht, das ist jetzt für mich nichts Neues und nichts, wo ich denke, hm, das könnte cool werden, aber wie immer kann man das noch nicht ganz genau so sagen und ich weiß nicht, aber ich denke mal, auf das Spiel wird es auf jeden Fall was zum Spielen geben, weil Hunter und Krohn haben da ja schon diese Prototyp-Version und ich denke mal, auf das Spiel kann man die vielleicht dann auch antesten. oder auf der BerlinCon sogar, das weiß ich jetzt gar nicht, aber da sind wir leider nicht da, weil das ist ein bisschen zu weit weg. So, das waren die fünf beliebtesten Kickstarter in letzter Zeit in diesem Monat und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr mögt das so mehr, dass ich mehr zu dem Spiel erzähle und die Trailer einfach nur im Hintergrund zeige. Das könnt ihr ja unten in die Kommentare schreiben, ob das so ausführlich ist oder ob ich das zu schnell irgendwie gesagt habe. da bin ich gerne auf euer Feedback gespannt, weil wir wollen unseren Kanal natürlich mit euch zusammengestalten, damit ihr viel Spaß habt und natürlich neue Menschen Brettspiele kennenlernen. Deshalb bedanken wir uns auch dafür, dass ihr das Video geschaut habt oder du das Video geschaut hast und wir würden uns auch freuen, wenn du uns durch ein Abonnement unterstützt. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Brettspielgeeks. Ciao. Eure Brettspielgeeks.